Nummer 1 Nummer 1 Oh, da hat er das mitgespielt Ich finde es passt Das hat er mitgespielt, oder? Ja Das hat er mitgespielt Das hat er mitgespielt Das hat er mitgespielt Ja, ich weiß schon wie das ist Darum esse ich in der Regel auch nicht 3 Pizzen raus Ja, außerdem es war nur 2 Naja Naja, die 500 Gramm Käse drauf Die darfst du auch nicht unterschätzt Ja, da hast du natürlich recht Ja Und dann die 500 Gramm Käse Das ist eigentlich eine Mahlzeit Hahahaha Ja 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 Mach mal einen Hacken halt drauf Ja Ich würde mal sagen Gar nicht Na Ja Und hier ist auch der Gitarrenanschlag Ein bisschen vor der 1 Das ist ja so Ach, das darf ich nicht laut sagen Das kriegt auch noch Zustände Was ist mit der 1 Was ist nicht auf der 1 Der Handschlag hier auf der Klinenspur Hahahaha Guck mal, ob die Klinenspur Auch auf der 1 ist Ganz vorne Ja Stopf 1 Scheiße Und hier ist es halt so Ja, jetzt weiß ich warum Erich in dem Stück so versagt hat Nein Ohhhh Unfire 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 In Dämonie sucht man Gitarre ist Leider ist Carsten umgebracht worden Ja, dass nicht genau von wehen